Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Bo is Afraid, dem neuen Film von Ari Aster mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ich bin mit der Ari Aster noch Joaquin Phoenix, aber das gleiche können auch nicht Joschi und Max und ich behaupten. Hallo ihr zwei! Hi! Guten Abend! Wir reden heute über Bo is Afraid, der am 11. Mal in die Kinos kommt. Im Vorfeld, das sei hier klar gesagt, es wird zwei Casts geben, das haben wir im Vorfeld entschieden. Wir werden jetzt in diesem Cast, der vorm Kino statt erscheint, werden wir einfach nur darüber reden, wie fanden wir den Film, werden also eine Art Empfehlung abgeben oder eine Anti-Empfehlung, das werdet ihr dann im Laufe des Casts hören. Und dann, ja kurz nach Kinostart wird dann ein zweiter Cast kommen und da werden die liebe Schlogger, der liebe Max und ich, aber sowas von in den Interpretationspool eintauchen. Das wird ein Fest, zumindest für uns drei. Wenn ihr euch das anhören wollt, freut euch drauf oder habt Angst davor, eure Entscheidung. Und Angst ist ein gutes Stichwort, was für eine super Überleitung, denn wir reden ja über Bo is Afraid und kurze Frage, wer von euch beiden möchte mal kurz umreißen, worum es in Bo is Afraid geht? Ich kann das zusammenfassen. Und zwar, man kann das ganz kurz, ja, man kann das ganz kurz, ja, ein sehr einfacher Film, wir können wirklich sehr schnell zusammenfassen. Es geht nämlich um Bo, einen Mann, sagen wir Ende 40, der versucht seine Mutter zu besuchen und dann geht alles schief. Das reicht, oder? Das reicht, das reicht. In diesem Sinne möchte ich noch sagen, Mutter, wenn du das hier hörst, ich werde Ende Mai zu Besuch kommen. Ich verspreche es. Gut. Das sagst du jetzt. Das sag ich jetzt, ja. Ich hab's meiner Mutter auch versprochen, tatsächlich. Noch ist mein Urlaub nicht. Übrigens, wir nehmen das hier an Ostern auf und sind alle nicht nur unseren Eltern. Das sollte hier mal gesagt sein. Oh, oh, was sind wir für schlechte Kinder. Ja. Ist wohl auch besser so. Also, genug mit dem Spaß, kommen wir zur Ernsthaftigkeit dieses Podcasts, lass uns über den Film reden, aber bevor wir über den Film reden, möchte ich noch ein bisschen über den Regisseur reden und den Autoren in Personalunion, nämlich Ari Aster. Der hat zuvor gedreht Midsommar und den Film, den ich immer falsch ausspreche, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hereditary. Nein, der heißt nur Hereditary. Ich sag immer Harry und Terry. Harry und Terry gilt, wenn du es sagst, ansonsten heißt er Hereditary. Hereditary. So, jetzt. Gut. Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Harry und Terry, finde ich, klingt super. Zwei Horrorfilme, die ich famos finde, sensationell gut. Max, du bist da ähnlicher Meinung? Ja. Ich bin ja der Ari Aster-Fan der ersten Stunde. Ich hab den gesehen und hab gedacht, so ein kleiner Mann mit so einem guten Humor. Genau mein Ding. Sitzt auch so gekrümmt auf Bühnen. Wir reden schon von Ari Aster und nicht von dir selbst, oder? Du, manchmal sind die Übergänge fließend. Also von dir, okay. Gut. Liebe Schlöger, du hast aber noch keinen seiner Filme gesehen, oder? Doch, 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 doch. Also ich muss ja gleich dazu sagen, ich bin kein großer Horrorfilm-Fan, aber ich bin ein Film-Fan. Das heißt, Hereditary, da hab ich mich tatsächlich noch nicht dran getraut und alles, was ich aus dem Film weiß, hätte mich, glaube ich, wenn ich den gesehen hätte, würde ich jetzt noch im Bett liegen und weinen und würde mich nie wieder raus in die Sonne trauen. Aber ich hab tatsächlich Midsommar gesehen und zwar am helllichten Tag, wie es ja auch passend ist zum Film, auf dem Handy nur ein Ohr, ein Kopfhörer nur drin, sodass ich das Handy immer weghalten konnte, wenn es schlimm wurde. Der war ja gar nicht so schlimm tatsächlich wie Hereditary. Aber ich hab tatsächlich Midsommar gesehen, find beide Filme, soweit ich weiß, auch großartig handwerklich, weiß das also sehr zu schätzen, war aber bei Bo is Afraid so ein bisschen auch Schlogger is Afraid, weil ich Angst hatte, dass eben sehr horrorhaft wird. Aber hab mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich eben das Kunsthandwerk von Ari Aster sehr zu schätzen weiß. Ja, dann lass uns mal mit dem Kunsthandwerk starten und ich werfe direkt in den Raum. Gott, der Film sieht so unglaublich gut aus. Ja, er hat auch, ja genau, er sieht sehr gut aus, da konnte man sich beim Trailer schon sehen, der hat die Vorfreude genährt. Also man merkt, da haben Leute ein bisschen mehr Zeit gehabt, zusammenzuarbeiten und ein bisschen Planung zu Beginn. Ich meine, der Film, der hat ja zehn Jahre Vorlaufzeit, glaube ich, in Ari Asters Kopf und dann, glaube ich, Produktionszeit ist sicherlich auch noch ein Jahr. Da war sicherlich ganz viel Covid dazwischen und so. Äh, das merkt man, da wurde nicht geschludert, da wurde nicht gespart. Da hat, ähm, muss man auch sagen, ist, wenn man von Ari Aster spricht, muss man ja auch immer gleichzeitig seinen, äh, Stammkameramann Pavel Poprocnodrzewski nennen. Äh, die sind ja eigentlich eine Person. Ja, und bei dem Film können wir auch direkt noch über Joaquin Phoenix reden, der ja auch immer eine krass sichere Bank ist. Also die Kombi von dem Regisseur und diesem Schauspieler, da, ähm, wurde schon sehr viel, da war sehr viel Potenzial dabei. Und sie werden jetzt auch wieder zusammenarbeiten. Es ist jetzt rausgekommen, dass die beiden einen Western drehen werden und auch seitdem mit dabei soll wohl auch Emma Stone sein. Wie soll der Western heißen? Vorfreude ist jetzt wieder, weiß man das schon, Bonanza vielleicht? Ihr Lieben, wenn ihr das draußen hört, wir haben gerade hier eine gute Zeit. Ich hoffe, das, äh, habt ihr auch, wenn nicht, auch egal. Also, der Film sieht blendend aus, aber ich muss eine Warnung aussprechen. Ich hab ja schon gesagt, wir machen einen separaten Spoiler-Cast, beziehungsweise Interpretations-Cast. Ich finde halt, seine Vorgängerspielfilme, Harry und Terry und Midsummer, die haben auch eine doppelte Ebene. Da lässt sich ganz viel reinlesen und reininterpretieren. Aber trotz allem kann man die auch als relativ bodenständige Genrefilme bezeichnen. Ich finde aber, Bo is Afraid ist kein Genrefilm. Es ist kein reiner Horrorfilm mehr, es ist keine reine Komödie. Es ist irgendwie, irgendwie alles. Es ist ein, ein Jazzi mit allen Genres gefühlt. Ja, da kann ich auch gleich reinkrätschen, dass ich ja meinte, ich bin ein, ich gucke nicht so gerne Horrorfilme, aber den Film konnte ich gucken. Also, ich musste nur einmal kurz, hab ich wegguckt. Das werde ich dann im Spoiler-Cast sagen, wann. Es war auf jeden Fall im hinteren Drittel oder hinteren Achtel. Und, ähm, den Rest konnte ich sehr gut aushalten und der war auch äußerst unterhaltsam. Also, es war, man musste wirklich viel lachen, auch wegen Absurdität einfach. Und es war auch Spannung dabei, ähm, aber es war kein, kein Horrorfilm wie jetzt Hereditary oder Midsommar. Nee, es ist ein neues Genre, würde ich sagen, fast sogar. Ich meine, jeder, jeder große, jeder große Filmemacher oder jede große Filmemacherin, die hat ja immer irgendwo so, keine Ahnung, so ein Herzensprojekt, wo sie sagt, so, das, wenn es dann die Kritiken irgendwie liest, das ist das Werk, das, äh, zu 100 Prozent diese Person beschreibt, bla bla. Jetzt ist es natürlich blöd, dass es vielleicht sogar schon sein dritter, äh, Film ist, bei dem man das sagen kann. Aber irgendwie, das ist schon so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen autobiografisch angehauchter, naja, Genre-Mix ist es, aber es ist, wie er schon sagte, es ist irgendwie ein Leben. Also, genauso vielseitig und so variantenreich, so ist auch der Film. Hat dich, stand nicht irgendwo, dass er den Film eigentlich schon viel früher machen wollte, also vor den anderen beiden tatsächlich? Ähm, ja, ähm, also es passiert, oder beruht ja alles auf einem seiner Kurzfilme. R.E.S. hat ja wirklich, äh, bestimmt zehn Jahre lang sehr viele Kurzfilme gedreht, äh, die auch wirklich interessant sind und sehr, sehr gut, aber auch sehr verstörend. Und Bo hat er gedreht mit einem Schauspieler, der heißt, oder hieß Bill Mayo, oder Mayo. Und der ist aber verstorben, deswegen hat er das Projekt wieder zurückgestellt und hat dann stattdessen, äh, sich, ist er auf, also, hat den Film gemacht, den ich nicht aussprechen kann. Äh, übrigens, Bo is afraid ist Bill Mayo auch, äh, gewidmet und anscheinend hat sich das Drehbuch von Bo is afraid, denn das gab es vor paar Jahren, gab es das schon mal online, äh, wohl auch ein bisschen geändert über die Zeit. Also hat er aber anscheinend immer noch weiter dran gearbeitet. Ähm, dass man merkt, dass es ein Ari Aster-Film ist, kann man aber auch sehr gut erkennen, weil er ist jetzt nicht einem Genre zuzuordnen, aber Ari Aster ackert sich auch hier an dem Thema Familie ab. Und es war sehr deutlich. Und Kopfverletzungen. Also das scheint irgendwie sein Go-To-Thema zu sein. Familie und Kopfverletzungen. Kopfverletzungen. Also ist das die heilige Dreifaltigkeit des Herrn Aster, Familie, psychische Erkrankungen, Kopfverletzungen. Das ist so wie ein Überraschungsein. Mama, Mama, bringst du mir einen neuen Ari Aster-Film mit? Na klar, was willst du denn? Ich hätte gern was mit Kopfverletzungen und Familie und mentale Krankheiten. Perfekt. Das Aster-Ei. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass das Überraschungsei, ja, dass das Überraschungsei drei Stunden lang ist? Nee, aber es sind ja nur 179 Minuten. Ich würde ja wissen, was in dem Extended Cut von 180 Minuten dann vorkommt. Nee. Aber wo wir gerade auf diese drei Stunden zu sprechen kommen. Es gibt ja Filme, die dauern drei Stunden und du spürst das. Und ich habe den Film seine Länge nicht angespürt. Nur mein Arsch hat den Kinosessel gespürt, so nach zwei Stunden. War das bei euch auch so? Bei mir war das nicht so. Ich habe zum Glück auch eine Blase aus Stahl. Also ich habe den ganzen Film ausgehalten, ohne aufs Klo zu müssen. Und was ja auch gut funktioniert, ist, dass man den gut aushält, weil er in so viele Teile aufgeteilt ist. Also es passiert ja nicht lange das Gleiche, sondern er ist irgendwie in diverse Akte aufgeteilt. Was das dann kurzweiliger macht. Also ich habe keinen Blase aus Stahl. Ich musste bei dem Cocaine Bear und beim Super Mario Film, beide 90 Minuten, musste ich beide mal aufs Klo, weil ich die nicht mehr ausgehalten habe. Aber tatsächlich, obwohl ich vor Bois Afraid zwei Tassen Kaffee getrunken habe und während des Films noch mate, musste ich wirklich währenddessen nicht aufs Klo. Ich hatte auch nicht mehr Druck. Also irgendwie hat der Film meiner Blase oder meinem Kopf vorgegaukelt, du hast keine Blase. Nee, das ist so ein Überlebensmechanismus. Das ist so wie, wenn du Adrenalin ausschüttest, um schneller laufen zu können, damit der Bär dich nicht kriegt. Und so ist das dann auch hier. Von dem her, Ed, bedanke dich bei der Evolution. Danke, Evolution. Reden wir mal über den Herrn Phoenix, der ja die Hauptrolle hat und der wirklich die präsenteste Rolle im ganzen Film hat. Es gibt auch viele grandiose andere Darsteller. Da fällt mir spontan Amy Ryan und Nathan Lane ein. Wen oder was die genau spielen, da wären wir garantiert in unserem Interpretationscast drauf zu sprechen kommen. Aber das ist schon eine One-Man-Show. Und ich habe nichts gegen den Herrn Phoenix. Eher im Gegenteil. Ich finde, das ist ein herausragender Darsteller. Aber manchmal finde ich, dass der so diesen, wie soll ich sagen, diesen Jared Leto-Effekt hat. Dieses so, seht mich her, ich bin Schauspieler, nehmt mich ernst. Und nun verwandle ich mich in meine Rolle. Ein Eukalyptusblatt. Aber bei Bo is Afraid habe ich die Persona Hoken Phoenix komplett vergessen. Es gab für mich wirklich nur drei Stunden Bo. Wie war es bei euch? Also ich habe, also vor allem, er sieht halt auch sehr abgeranzt aus. Also von dem her, er, also für Schauspieler Phoenix, er sah eigentlich tatsächlich, wenn man so seinen Körper baut, er hat mich tatsächlich ein bisschen mehr an mich erinnert, wenn ich so aufstehe, kurz nach einem harten Wochenende und wieder ins Büro muss. Und von dem her hat er auch einen schönen Bauch. Also Sixpack? Ja, Sixpack, aber halt praktisch alles in einem Sack sozusagen, nicht in sechs Dosen unterteilt, sondern so ein Sixpack eher. Und dann, ja, also ich finde so mit den Rollen, die er dann irgendwie vorher immer gespielt hat, also Bo ist ja jetzt nicht unbedingt der charismatischste Mensch auf diesem Planeten. Er ist eher so, keine Ahnung, man möchte ihn schon oft in den Arm nehmen, weil man einfach denkt, der ist eher so ein Kuschelbärchen-Typ, finde ich. Also, wenn ich zu Joaquin zu sprechen komme, da habe ich ja vorhin schon gesagt, für mich ist der eine Bank. Ich finde den, ich finde den großartig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, du, mit dem Jared Leto-Effekt. Aber ich finde, obwohl er sich recht ähnlich sieht, man erkennt ihn immer, sieht er trotzdem in jedem seiner Filme einzigartig aus. Also ob er jetzt in Gladiator oder in Her oder als Joker, er ist immer ein weißer Mann mit schwarzen Haaren, kurzen Haaren. Und auch in Bo, ein weißer Mann mit etwas weniger schwarzen Haaren. Aber er sieht irgendwie immer, er schafft es immer, die Rolle immer besonders auszusehen. Und ich finde, Jared Leto, dem unterstelle ich irgendwie einen Haufen Arroganz, die ich Joaquin irgendwie nicht unterstelle. Der ist für mich eher so in Richtung Christian Bale, obwohl der auch ein bisschen Arroganz vielleicht mitschwingen hat. Jared Leto habe ich immer so dieses, diese Selbstverliebte-Ader. Also ich glaube, dass Jared Leto sich einfach unglaublich geil findet. Und ich glaube, dass Joaquin Phoenix und auch Christian Bale beispielsweise einfach nur ihre Rollen unglaublich geil spielen wollen. Und ich glaube, die sind mehr Teamplayer. Die wollen am Ende einen vernünftigen Film haben. Und Jared Leto will in erster Linie, ja, dass die Leute ihn geil finden. Jetzt darfst du bitte. Ja, zu Bo, wollte ich noch sagen, weil du meintest, der tut einem so leid und er ist so ein Kuschelwehr. Ja, er tat mir schon leid. Ich glaube, Ari Aster selbst hat ja auch gesagt, dass er einen Film aus der Sicht eines Losers drehen wollte. Also er soll schon auch ein Loser sein, der einem dann eben auch leid hat. Aber er war für mich auch jemand, der ein Spielball des Lebens ist, sozusagen. In unserem Spoiler-Cast kommen wir da sicher drauf zu sprechen, was das genau bedeutet und was der Film dann mit ihm macht und welche Entscheidungswege er, warum dann geht. Aber er tat mir dann manchmal nicht so leid, weil ich dachte, oh, das könnte ich auch sein tatsächlich in manchen Situationen. Tust du dir nie leid? Doch, ich tue mir auch leid. Aber ich dachte dann nicht, ich muss ihn umarmen, sondern eher, ich muss mich selber umarmen. Ach so, gut. Ja, dann machen wir doch Gruppenkuscheln, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, wirklich ungelogen, als ich aus dem Kino rauskam, das habe ich euch auch in unserer internen Plauder-Gruppe geschrieben. Ich habe wirklich einen Laternenfall umarmt, weil ich nur Umarmung brauchte. Ich habe mich wirklich, der hat mich wirklich fertig gemacht, der Film. Also im positiven Sinne. Aber auch dazu gleich in unserem Interpretations-Cast mehr. Yeah. Wenn ihr das jetzt hier irgendwie zum Start dieses Podcasts hört, dann tut es uns leid, weil man wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen warten muss, bis der rauskommt. Ihr werdet uns auf jeden Fall dann kennen. Was ich aber auch, ja, weil das hier hat. Also wir bewerten jetzt schon. Sind wir schon so weit? Nee, 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 Gott. Ich meine, man hat es vielleicht schon rausgehört, wie wir den finden. Ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall loswerden, oder zwei Sachen, die ich für wichtig erhalte. Zum einen, es sollte gesagt sein, das kann man hier schon loswerden, dass ich es so verstanden habe, der Film ist zu 100 Prozent aus seiner Sicht erzielt. Das ist eine subjektive Darstellung dieser Welt, so wie ihn Bo, wie Bo die Welt wahrnimmt. So. Und das Zweite ist, wenn wir euch neugierig auf diesen Film gemacht haben, und das haben wir unter Garantie, weil wir sind einfach drei tolle Leute, die gut reden können und denen man gerne zuhört. Zwei. Erwartet aber bitte keinen, ich sag mal, klassischen Film. Das ist keine klassische Drei-Akt-Struktur, würde ich sagen. Das ist eine sehr, eine sehr weirde Erfahrung, ein sehr grotesker, bizarrer Film, der sehr viel Eigenwert und Eigenheit besitzt. Erwartet bitte nicht, dass das wirklich so, so im ersten Akt kommt, wird das Problem aufgetan, im zweiten Akt kommt es zur Katastrophe und im dritten Akt wird das Problem gelöst. Das ist es nicht. Das ist wirklich im Guten, wie vielleicht im anderen Sinne, für andere Perspektiven, auch im Schlechten, ein Kunstfilm, würde ich fast schon sagen. Das wollte ich doch loswerden, das dürft ihr wieder. Ja, und wir können bestimmt hier auch das Intellektuelle eine Tour de Force hineinwerfen. Nee, Radfahren tut er nicht. Ja, okay, ja, stimmt. Du hast hier diesen, du hast Bo und es geht einfach, es geht wirklich von Minute eins des Filmes an einfach alles schief. Es passieren groteske Dinge und es passieren drei Stunden lang wirklich die absurdesten grotesken Dinge. Ich habe vorhin versucht, einfach aufzuschreiben, was im Film passiert ist und es war schon völlig, es ist seitenlang ausgeufert und ich habe bestimmt viele Dinge auch noch vergessen. Also es ist ein Film, in dem unendlich viel passiert, wie du sagst, keine klare Heldenreise, keine klare Storystruktur, es wird einem nicht alles vorgekaut. Es passieren Dinge und du denkst, hä, 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 hä? An den Film zu erinnern und an manche Zustände, die es währenddessen hatte. Max, erlöse mich. Ja, ja, also auch wenn er keine Akte hat oder keiner klassischen Drei-Akt-Struktur folgt. Kunstfilm, weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Kunstfilm nennen würde, ich würde ihn dann wahrscheinlich eher mit so einem, mit so einem, keine Ahnung, mit einem Roman vielleicht eher. Oder wenn sie irgendwie so, sowas wie Citizen Kane beispielsweise, das ist ja ein Film, der handelt auch von einer Person sozusagen und ich glaube, ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber der hat ja auch eigentlich eine recht chronologische Folge von Minute eins, was diese Person angeht, bis Minute Ende. Und ich finde, das macht Bo auch und ich finde, dass auch viele Romane, die sich mehr oder weniger mit einer Person oder dem inneren Zerwürfnis und inneren Monolog auseinandersetzen, bla 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 bla, die dann meinetwegen auch gern mal tausend Seiten brauchen. So was ist dieser Film, also für mich zum Beispiel, da hast du dann Kapitel, in denen, ganz blöd gesagt, sitzt er vielleicht meinetwegen am Strand, dann im nächsten Kapitel spricht ein Werbeblock aus ihm. Dann sieht man ihn meinetwegen beim Rasenmähen aus der Sicht eines Fuchses beschrieben. So in etwa ist Boy is Afraid. Ich würde ihn, glaube ich, ruppeschreiben als den Apocalypse Now der psychischen Erkrankung. Mal Holland Drive von den Cone-Brüdern verfilmen lässt. Oh ja, auch ein. Ja, ja, doch. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, was wir irgendwie spoilerfrei aus diesem Film quetschen konnten, ohne ins Interpretationsspiel zu kommen. Damit würde ich sagen, ist dieser Cast fast vorbei. Das Einzige, was wir noch haben, ist ein Fazit. Und das fällen wir einfach jetzt. Und ich fange einfach mal an und ich halte es kurz. Ich sage einfach mal, dieser Film hat mir außerordentlich gut gefallen, ist ein bisheriges Jahreshighlight für mich. Ich gebe neun von zehn Liter Farbe auf leeren Magen. So, Yoshi, du bitte. Ja, gut. Also ich fand den Film auch sehr gut. Der war was Besonderes. An den werde ich mich immer erinnern. Ich habe tatsächlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe vom Trailer her ein bisschen was anderes erwartet. Also ich dachte, es wird noch mehr hin und her gesprungen. Dafür war die Erzählweise dann doch so absurd und abstrakt. Sie war doch relativ linear. Und deswegen war, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin jetzt in meinem Hirn immer noch in diesem verwirrten Modus. Ich fand, es hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde mir den Film vielleicht auch irgendwann nochmal angucken, wenn ich wieder in diese Stimmung rein möchte, in der man danach einen Laternenpfahl umarmen möchte. Und daher würde ich, was würde ich denn geben? Ich gebe dem einfach mal vier von vier große Auberginen. Vier von vier? Das ist mal ganz sehr spannend. Crazy. Du verwirrst mich mehr als der Film. Also, ich war sehr nervös vor der Pressevorführung, weil ich Ari Aster Filme mag. Und weil bei Midsommar, da saß ich drin und die erste Viertelstunde hat mich das erste Mal seit Langem im Kino mal wieder was fühlen lassen, was ich sehr gern mag. Nämlich Schmerz. Und ich liebe es, mich selbst zu malträtieren. Von dem her habe ich mich auf dem Film sehr gefreut, hatte aber auch Angst, weil ich weiß, dass der Kerl das kann. Bin deswegen auch mit einer wie Bo selbst afraid in dieses Kino reingegangen und habe so mehr oder weniger ein bisschen Atemübungen machen müssen, damit ich nicht hier im Kino eine Panikattacke bekomme. Ich habe den Film dann angeguckt und nach einer halben Stunde habe ich mich dann akklimatisiert und konnte den Film dann mehr oder weniger ein bisschen genießen. Von dem her, hat der Film auf mich eine Wirkung gehabt? Ja, hat er ja. Hat es eine Wirkung gehabt, die ich erwartet habe? Ja, hat er die auch übertroffen? Ja, warum? Weil das einfach auch eine erzählerische Weiterentwicklung des Regisseurs war. Von dem her kann ich zu keinem anderen Urteil kommen, als dass es mich wundern würde, wenn in diesem Jahr noch ein Film kommen würde, der mir besser gefällt als der. Und ich glaube, ich würde den sogar schon jetzt in meine All-Time-Top-Ten zumindest reinknallen. Der kratzt echt fast an der Perfektion, würde ich sagen. Und noch dazu, ich bin heute aufgestanden und ich hätte mich gefreut, wenn ich den nochmal hätte sehen dürfen. Und ich glaube, ich schaue mir den tatsächlich mindestens noch zweimal an im Kino. Tja, da habt ihr es gehört. Max Rauscher ist Fan von Boris Afraid, sagt, es ist sein Film des Jahres, obwohl er noch gar nicht Fast and Furious 10 gesehen hat. Das sagt doch schon viel aus. Na gut, der Barbie-Film ist bei mir ganz heiß. Der neue Trailer sah ganz nett aus. Sehr gut. Aber lass uns nicht über Barbie-Film reden. Lass uns lieber über Tschüss-Sagen reden. Und das machen wir jetzt. Wir sagen Tschüss. Ich fange an. Dann darf Max und, weil wir noch ein bisschen Zeit schinden müssen, darf dann Schlöcker zum Schluss, weil die hat immer den längsten Abgang, weil die immer erzählt, wo ihr was finden könnt. Also ich sage Tschüss, Tschüss. Von mir findet ihr nix. Hoffe ich zumindest. Bye, bye. Ich mache ja den Abgang, dass ich den Podcast hier auf drei Stunden verlängere, damit wir auch ein Boris Afraid-Niveau erhalten. Ich fange an mit Hi und Tschüss. Mein Name ist Schlöcker, das ist auch der Comic-Zeichner-Name von mir. Findet ihr alles auf meiner Website schlöcker.de oder auf Social Media. The, wie der englische Artikel, Schlöcker auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok noch nicht. Wer versteht das schon von uns Leuten, die vor den 90ern geboren worden sind? Und ich sage Tschüss und freue mich auf das nächste Mal. Eine Sache noch, wenn du jemals auf TikTok gehst, bitte nenne ich Schlickschlock. Dankeschön. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.